Herzlich willkommen beim Familienunternehmen Schunk hier an unserem Produktionsstandort Brackenheimhausen. Wir befinden uns heute im Fertigungsbereich kundenspezifische Lösungen, indem wir jährlich mehr als 2000 individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden herstellen. Demnach haben wir in diesem Geschäftsbereich äußerst hohe Teilevarianz, volatile Nachfragen und damit eine äußerst anspruchsvolle Kapazitätsplanung. Genau mit dieser Herausforderung moderner Produktionssysteme, Flexibilität und Wandlungsfähigkeit haben wir uns beschäftigt und sind zusammen mit unserem Partner DMG Mori zur Lösung Robo2Go gekommen. Dieses System haben wir nun seit Anfang diesen Jahres im Einsatz. Aktuell setzen wir das System Robo2Go an einer DMG Mori Drehmaschine vom Typ CTX ein. Geplant ist das System an zwei weiteren Maschinen zum Einsatz zu bringen, um damit die Bereichsflexibilität weiter zu erhöhen. Das System Robo2Go ist mit Junkzentrischgreifern PZN Plus mit bewährter und patentierter Vielzahnführung ausgestattet. Vorteil des Dreifingersystems ist in diesem Zusammenhang die hohe Flexibilität, um verschiedenste Teilespektren individuell und angepasst greifen zu können. Diese Flexibilität wird durch aufgebaute, universelle Zwischenbacken weiter erhöht. Der Betreiber ist damit in der Lage, innerhalb weniger Minuten auf einen neuen Werkstattaufgrab umzurüsten. Die Drehmaschine ist mit weiteren Schunkkomponenten ausgerüstet. Sie sehen zum einen an Haupt- und Gegenspindel Schunkrota NCD-Kraftspannfutter mit aufgebauten Schunkspannbacken. Die Bearbeitung wird unterstützt durch Hydrodentechnik, Werkzeughalter vom Typ Tendo. Wir haben dieses System seit Anfang des Jahres im Einsatz. Alle unsere Erwartungen wurden bisher erfüllt. Wir sind hoch zufrieden.